Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr den Gratis Arctis Adaline Skin jetzt schon früher bekommen könnt. Eigentlich könnt ihr den Skin erst am letzten Tag bekommen, denn hier ist genau da der Skin drin. Und da sieht man erst am Schluss, also erst an Weihnachten kann man das Ganze öffnen. Es gibt aber einen Weg, wie wir jetzt schon das Geschenk öffnen können und somit den Skin schon früher bekommen können. Dafür wechsle ich kurz den Account und dann zeige ich euch genau, wie das Ganze geht. So, Account gewechselt und wie man sieht, kann ich jetzt noch 5 Geschenke öffnen und ich zeige euch mal genau, was wir machen müssen. Denn wir müssen so eine kleine Reihenfolge abgehen, beziehungsweise wir dürfen nur auf der linken Seite diese 4 Geschenke öffnen. Danach kann man hier oben das große Geschenk öffnen, wo das Skin drin ist. Und ich würde sagen, das machen wir kurz mal. Wir fangen unten hier mit diesem Musikstück an. Ich würde sagen, direkt mal öffnen. So, und jetzt kriegen wir hier auf jeden Fall dieses Musikstück. Dann machen wir direkt mal weiter daneben mit diesem blauen Geschenk. Auch das öffnen wir eben. Und jetzt haben wir das auch offen und wir kriegen hier dieses Emoticon. Ansonsten müssen wir noch das große Geschenk aufmachen. Und ich glaube, hier ist eine Lackierung drin. Und aus dem roten Geschenk kommt die Lackierung raus. Genau, und dann gibt es noch daneben links hier dieses Liederne Geschenk. Und um es kurz zu zeigen, 3 haben wir jetzt aufgemacht und hier steht immer noch erst am Schluss. Also jetzt geht es noch nicht, deswegen machen wir kurz das Liederne noch auf. Und jetzt kriegen wir hier auf jeden Fall nochmal eine Mode. Und jetzt können wir dann das letzte Geschenk aufmachen. Und zwar hier das Geschenk mit dem Skin. Das sieht man jetzt, jetzt kann man es aufmachen. Das heißt, ihr müsst erst mal hier vorne diese 4 Geschenke aufmachen. Und dann könnt ihr auch hier hinten das grüne große Geschenk mit dem Skin aufmachen. Ich würde sagen, das öffnen wir direkt mal. Und dann kriegen wir jetzt schon die Arctis Adeline total früh. Ja, da haben wir den Skin jetzt schon am Start. Können wir direkt ausrüsten und einfordern. So, ausgerüstet. Und somit haben wir jetzt den Skin total früh bekommen. Also wirklich nice. Ihr könnt damit vielleicht eure Freunde überraschen. Die werden sich bestimmt wundern, warum ihr den jetzt schon bekommen habt. Also einfach mal, wie gesagt, bei den Winterfestgeschenken auf der linken Seite hier unten die 4 Geschenke öffnen. Und damit kriegt ihr dann den Skin viel früher.